Was bin ich hier dran? Ich muss da gar nicht dran. Oh Gott, oh Gott, ich muss mich beeilen. Doch, du wirst uns so einen Kuss geben können. Okay, haben wir doch alle, oder? Ja, hau rein. Haha, save me you fucking ass out. Hardware under controls, hit your books, got it. Okay, was soll ich machen? Move, move. Bssst, bssst, nice. Woah. Nein. Nein! Die hier! Die hier ist nicht! Die hier ist nicht! Schau, schau! Hier ist etwas anderes! Schau, das ist wirklich! Das ist eine Wettbewerbsfähigkeit! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist so cool gemacht! Wow! Weitere Testobjekte... So ein Schwein ey! Weitere Testobjekte... Trapped in my body... And I black out... I'm losing time... Sometimes the seasons change in the blink of an eye... I'm having trouble with my thoughts... They dissipate... Like a scent on the wind... But it's getting better... Here's what I know... I'm in Poland... A hospital? No... That insane asylum... She's the nurse... That's her father... Shrink... Their mother... Some type of pharmacist... They run the place I reckon... Sometimes Christmas... Sometimes birthdays... And sometimes... Nazis come... And they leave with patience and shackles... Like it's Deathseth's personal candy store... And the shrink races hell and all... But in the end he signs... No choice I suppose... I've seen all this... Good folks made powerless... I'm alive because of these people... I'm getting better... Because of her... Her name is Anya... She takes good care of me... She takes care of everyone... She holds this place together... Supposed to be married by now... But... Hasn't happened... Wahnsinn... Würde auch mehr Sinn ergeben... Mit Polen... Wir schließen diese Einrichtung... Ihre Dienste werden nicht länger benötigt... What? Sie töten die wahrscheinlich alle... Wow... Gib mir das Messer... Der ist wieder gut drauf... Wow... Hier sieht man richtig... Was für dreckige Schweine das sind... Komm her! Sorry... So sieht's aus... Wahnsinn... Das gibt's einfach nicht, ey... Oh... Logisch... Du warst doch nur im Sitzen... Wow... New Handgun... Die sieht epic aus... Das ist schon ein bisschen mehr futuristischer... War das nötig? Ey... Der geht direkt dahin, Kilty... Und dann kriegt der... Oh, das waren nicht unsere Befehle... What the fuck... Der hat's einfach gemacht, weil er ein Arsch ist... War... Okay... Erstmal ein Kackengang... Meine saßen rum und hat sich voll geschissen... Der muss... Die pure Toilette wieder spüren können... Auf seinen Arschbacken... Nicht die schäbige Windel, die ihm immer abgemacht wurde... Weil er nur sitzt... Es werden wieder faszinierend... Wie die in den Spielen die ganze Zeit nur sitzen... Wenn sie irgendwie was Traumatisches erlebt haben... Durch irgendeinen Unfall... Und dann plötzlich einfach wieder laufen können... Und alles ist so wie immer... Du Homo, oder? Du Homo, oder? Schöner Dreierschuss... Aber ich sollte Munition auch sammeln... Dual-Wheel-Knife... Möse Hold-Rifle! Endlich mal geile Waffen hier! Das ist alles doppelt und... Ne, der ist nicht gut drauf... Boah! Wow! Ja, er ist verrückt! Hm... Sagen die Richtigen... Hab ich denn... Ja! Wieder die Seite so aufgerissen... Wahnsinn! So sieht's aus! Wir machen die Macht los! Ah fuck, ey! Das ist krank, ey! Richtig krank! Hm... Ich mein, hier sind ganz viele Betten! Kann das hier sein mit dem Matratzen? I don't know! Ich weiß es wirklich nicht! Es ist ja so ne Art... Matratze! Ich hoffe, wir sollen das Ganze mal ein bisschen erforschen! Ist ja auch mehr oder weniger das zweite Level... Ich kann aber nichts hier drücken! Muss ich einfach drauf! Ne, ich weiß es wirklich nicht! Ich würd's gerne wissen! Ich würd's so gerne wissen, wo das ist! Ich geh mir nochmal zurück! Ah, hier kann ich schlecht liegen! Well... Hier ist nicht so wirklich was... Was ist hier? Killer... So geil, ey! Die haben keine Chance! Oh, ich kann zurück! Gut! Weil ich war hier in dem Raum noch nicht! Ja, hier wurdest du gebadet, gewaschen... Ja, hier wurde einer auf dem Scheißhaus getötet! Die Armen! Das haben die nicht verdient! Die haben sich so gut um die Patienten hier gekümmert! Um alle verletzten, kranken! Ist einfach nur mies! So viele Akten und hier liegt nichts rum für uns! Jawoll! Double Barrel Shot! Ihr wisst, wenn ihr mich länger verfolgt... Ich liebe meine Shotguns! Oh ja! So, wo gehen wir jetzt weiter lang? Hier hoch? Ist zu! Okay! Bleibt uns ja nur runter! Ach! Hier liegt auch eine Matratze! Ich kann echt nicht sagen, ob das hier ist, ob das da war... Ob ich schon verpasse... Ich weiß es nicht! Das ist eine Matratze auf dem Boden! Das ist eine Matratze auf dem Boden! Vielleicht nicht hier! What the hell? Hi. Oh, yeah. Oh, shit. Ich hab ja nur zwei Schüsse drin. Ah! Jawohl! Das wollte ich sehen. Wir hatten, weiß ich auch schon, nach der mysteriösen Matratze. Ich hoffe, dass wir das finden. Weil da war ein Matratze. Hier liegen eine Menge davon rum. So, ich muss noch Rüstung aufsammeln. Overcharge ist auch nicht so verkehrt. Ah, ja. Oh, 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 oh. Aber hier an der Seite ist noch was. Das ist safe. Die knacken wir gleich. Erst den Scum. Oh, oh. Oh, ja, schön. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass die da auch durchballern können. Das hält sie nicht wirklich auf. Ich brauche eine andere Waffe. Regenerier dich bitte schneller. Das hat sowas von keinen Zweck. Das ist lustig, wie die KI immer draufstehen. Aber hey, ich brauche keine lustige KI. Obwohl, doch. Ich brauche eine lustige KI. Aber ich brauche keine schlaue KI in dem Spiel. Mörderer. Da ist irgendjemand drin. Das ist mir eben safe. Zip. 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 Health upgrade! Neu on net. 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 Drehen wir die Tür ein. Keine Granaten! Ah! Ja, ihr habt Granaten. Das ist schön, dass ihr Granaten habt. Echt. Autsch. Eine Soul Rifle muss es tun. Ah! Habe ich eine Slide Kill bekommen? Ich weiß es nicht. Das können wir vielleicht machen, wenn wir nur noch einen auf der Karte haben, damit ich nicht so schnell draufgehe. Hier kriegt sie jetzt. Ja, ich kann mich noch an die Wolfenstein-Spiele von damals erinnern. Da kam immer diese ulkige Musik so... Irgendwie sowas. Und hier ist gar nichts. Totenstille. Musik hat sich nicht durchgesetzt. Musik hat sich. Hm. Lustige IMP-Granaten. Oh da! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist unser nächster Boss, glaube ich. Bis zum nächsten Mal.